Hallo ich bin Sophia, ich studiere in Stendal an der Hochschule Magdeburg-Stendal Kindheitspädagogik im vierten Semester. Hi ich bin Celine und ich studiere Journalismus am Campus Magdeburg von der Hochschule Magdeburg-Stendal und ich bin jetzt hier mit Sophia und wir quatschen heute ein bisschen darüber wie das Wohnen hier ist sowohl in Magdeburg als auch in Stendal. Also wie gesagt ich komme ja also ich wohne jetzt momentan in Magdeburg und du hier in Stendal, wo wohnst denn du hier so Hochschulnähe? Wir sind ja jetzt gerade am Standort, ich war hier noch nie. Also in Stendal ist es so, dass man eigentlich alles ganz gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann. Ich wohne momentan in einer WG, in einer Dreier-WG, aber das ist eher so privat vermietet. Also ich habe schon gesehen, dass viele schon so privat untervermieten, dass man so WG-Zimmer oder sowas. Also in Stendal kriegt man das eigentlich ganz gut. Ja, auch. Also ich wohne sogar ganz alleine, was für mich so ein bisschen Luxus war, als ich nach Magdeburg gezogen bin, weil ich nicht aus Magdeburg komme, sondern eben aus Hamburg, wo alles sehr viel teurer ist und ich war halt super happy, dass ich mir das hier leisten konnte, weil man eben doch überrascht ist, wie schön günstig Magdeburg so ist und trotzdem echt viel zu bieten hat. Ja, also in Stendal ist es auch ziemlich günstig. Also man bezahlt hier für 200 Euro kriegt man hier schon ein WG-Zimmer und da ist dann halt auch alles drin. Ja gut, aber ich habe natürlich auch die eigene Wohnung, nicht nur ein Zimmer. Hattest du schon Kontakt zu den Leuten vorher oder bist du echt so, ich suche mir jetzt mal eine WG auf gut Glück? Das Zimmer habe ich eigentlich gekriegt in der O-Woche, in den O-Tagen, in den Orientierungstagen und ich weiß nicht, da hat man sich dann halt schon ein bisschen gekannt, aber noch nicht so richtig und dann bin ich halt daraufhin hierher gezogen. Ja, ich war ein bisschen spontaner noch. Eigentlich wusste ich schon, im Oktober geht's los und ich habe halt nur irgendwie zwei Wochen noch gehabt, um eine Wohnung zu finden und dass das trotzdem geklappt hat, finde ich, spricht schon für Magdeburg. Das zeigt halt auch, dass man als Student jetzt nicht super viel Angst davor haben muss, dass man keine Wohnung kriegt oder so. Also ich hatte auch eine Freundin, die hat zuerst bei einem Bekannten im Grunde genommen gewohnt, zufällig auch in meiner Straße, die sich dann auch erst später hat eine Wohnung, eine eigene gesucht. Und dann natürlich kann ich auch welche, die im Wohnheim gewohnt haben. Die mussten sich tatsächlich früher bewerben als ich. Ja genau, wir haben ja hier auch ein Wohnheim am Campus, aber man findet eigentlich ziemlich gut hier ein Zimmer oder eine Wohnung. Also in der Hochschule haben wir auch so ein schwarzes Brett, wo eigentlich immer irgendwelche Wohnungen ausgeschrieben sind. Ja, das ist bei uns auch so. Bei uns in der Mensa im Grunde genommen findet man eigentlich auch immer entweder irgendwelche Anzeigen von WG-Leuten, die jemanden Neues suchen. Ja, und wenn man halt natürlich tatsächlich ins Wohnheim möchte, muss man sich ja ans Studentenwerk richten. Das ist mit hier ja auch so sein. Ja. Wo wohnst du, also was ist so der Stadtteil? Wie ist das bei dir? Ich wohne in der Nähe vom Stadtsee. Also es ist zu Fuß vielleicht fünf Minuten entfernt. Und zur Hochschule sind es zehn Minuten mit dem Fahrrad. Also schon ziemlich zentral. Und ich kann auch trotzdem noch zu Fuß in zehn Minuten in der Stadt sein. Also Natur und Stadt quasi. Genau. Ja, ist bei mir ganz ähnlich. Ich wohne in Krakau. Das ist halt total dicht an der Elbe, was super schön macht, wenn man da einfach mal ein bisschen spazieren gehen möchte. Und es ist auch ein sehr, sehr ruhiger Stadtteil und dicht an der Hochschule. Für mich war das so perfekt. Ich wollte, am Anfang war ich mir ja noch nicht so sicher. Ich kannte noch niemanden, hatte also nicht so dieses Bedürfnis nach Partymeile oder so. Und mir gefiel das sehr ruhige an Krakau sehr gut und Nähe zur Natur und eben auch wieder zur Hochschule. War da eigentlich super. Ja, ich wohne auch in einer, in einem Wohngebiet, wo es eher ziemlich ruhig ist, wo eher viele Senioren wohnen. Und ich, ich genieße das auch, dass es da ziemlich ruhig ist und man trotzdem sehr zentral wohnt. Gibt's denn hier sowas wie eine Partymeile? Naja, also ich denke mal, wenn man direkt in der Stadt wohnt, dann ist es schon lauter. Also in der Innenstadt, weil man ja auch die ganzen Leute die ganze Zeit in den Einkaufsmeilen hat. Ich mein, für einige ist das natürlich das, wonach man sucht. Also ich hab auch Kommilitonen, die wollten einfach ein bisschen, ja, Studentenleben, wie man sich wahrscheinlich so aus Filmen vorstellt, Party machen und ein bisschen studieren nebenbei. Ja, die sind dann halt irgendwie nach Stadtfeld eher gegangen, so Richtung Kiez Magdeburgs oder halt Hasselbachplatz. Das ist auch so eine Ecke, wo man echt gut wohnen kann, wo viele Studenten halt auch wohnen und wo man viele kleine Läden hat, viele Cafés, viele Bars. Das ist eigentlich ganz nett dort. Glaub, da hört man noch mal raus, dass Magdeburg doch ziemlich größer ist als Stendal. Also Stendal, man kann halt wirklich alles zu Fuß erreichen. Ja, hat aber auch Vorteile. Also ich meine, gut, wir haben natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel, also die Straßenbahn. Die Trams sind natürlich super. Ich glaube, ich habe noch nie länger als vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht, um irgendwo hinzukommen. Außer ich möchte wirklich ans ganz andere Ende. Und das ist ja gerade für mich, Hamburger Verhältnisse, das ist ein kleiner Katzensprung. Und ich denke mal, hier wird das ähnlich sein. Na gut, ich komme vom Dorf. Also fand ich es eigentlich ganz gut, dass es nicht so groß ist und ziemlich ruhig und ländlich auch irgendwie. Ich fahre auch gerne außerhalb der Stadt Fahrrad. Da ist man auch innerhalb von zehn Minuten dann raus aus der Stadt. Ja, das kann man natürlich auch machen in Magdeburg. Aber wir haben halt auch sonst einen schönen Stadtpark, den ich super schön finde, weil es halt auch da diese, es gibt Rehe. Und als kleines Stadtkind dachte ich, oh mein Gott, wilde Tiere. Auch direkt an der Elbe wieder, da gibt es also auch schöne Möglichkeiten, auch in der Stadt selbst. Genau. Und wenn man hier die Elbe sehen möchte, muss man einfach nur mit dem Fahrrad Richtung Tangamünde fahren. Und dann hat man auch schon die Elbe. Ja, also wie ihr seht, ist es eigentlich wirklich leicht, eine Wohnung hier zu finden und es ist auch wirklich schön, hier zu wohnen. Also wenn ihr welche sucht, bevor ihr herkommt, ganz klassisch erstmal das Internet benutzen. Aber macht euch keine Sorgen, wenn ihr herkommt, schaut aufs schwarze Brett, unterhaltet euch mit Leuten. Es ist mit Sicherheit einfach hier was zu finden, in Magdeburg auf alle Fälle. Und in Stendal? Ich denke auch, wenn man eine Wohnung in Stendal sucht, dann wird man auch eine finden.